Es ist nicht nur super elegant, es ist wahnsinnig sexy. Sehr süß. Es ist ein besonderes Sortiment, speziell für Reisebedürfnisse abgestellt, für Passagiere, die gegebenenfalls vor der Reise noch ein Accessoire benötigen, ein Beauty-Produkt, ein Kosmetikartikel, aber darüber hinaus natürlich auch für diejenigen, die nicht reisen, sondern sich einfach mit dieser Marke das Leben schöner macht. Wir haben einen genialen Adapter, und zwar international einsetzbar. Victoria's Secret, Verkaufskei and all men, sie realisiert sie. Sie haben hier etwas Besonderes, möchten Sie mir zeigen? Genau. Also wie gerade schon erwähnt, ist das Rotimeltfest sehr vielfältig und sehr gut. Ich finde, es passt jetzt gerade auf, wir öffnen uns kurz vor dem Nikolaus an, kurz vor der Weihnachtszeit, und was gibt es besser, wenn es ein komplettes Geschenksäk gibt. Ich teine, die Kinder mit einer anderen Art und Weise. Wir sehen uns an, kurz an, kurz an, kurz an. Das sind die Accessoires, natürlich den Grund vom schwarzen Pink. Untertitelung des ZDF, 2020